Eine weitere wichtige Aufgabe der Internetschicht ist es, die richtige Wegewahl zu treffen. Die Wegewahl wird anhand der Routing-Tabelle entschieden. Die Routing-Tabelle ist eine Tabelle, in der sämtliche bekannte Wegeinformationen eingetragen sind. Die Einträge in der Routing-Tabelle können statisch, also von Hand, vorgenommen werden. Sie können aber auch dynamisch über Nachbarrouter erlernt werden. Es gibt verschiedene Arten von Routing-Protokollen. Wir unterscheiden zwischen Interior-Gateway-Routing-Protokollen, also IGP, und Exterior-Gateway-Routing-Protokollen, also EGP. Interior-Gateway-Routing-Protokolle werden meist innerhalb eines Bereiches, zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens, eingesetzt. Exterior-Routing-Protokolle verbinden autonome Systeme miteinander. Diese Protokolle finden überwiegend im Internet bei Service-Providern Verwendung. Eines der ältesten Routing-Protokolle ist das RIP, das Routing Information Protocol. Dieses Protokoll ist recht einfach konzipiert und kann in zwei verschiedenen Versionen konfiguriert werden. Ein weiteres IGP-Protokoll ist OSPF. OSPF bedeutet Open Shortest Path First und ist viel komplexer als RIP. Während bei RIP der Router nichts über die Netzwerktopologie weiß, kennt OSPF diese Netzwerktopologie sehr genau. Neben diesen beiden gibt es noch weitere, auch proprietäre Protokolle, wie zum Beispiel EIGRP von Cisco. Vorabsching. 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 Vorabsching.